Heute sind wir auf dem Weg auf den Wohnmobilstellplatz in Emsbüren außerhalb von Gläsen. Kurze Durchfahrt durch den kleinen Ort Gläsen. Der Platz liegt mitten im Wald hinter dem Örtchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Platz sah wirklich wunderschön aus, nur leider standen dort schon Wohnmobile und somit war kein Platz mehr für uns. Und wo wir schon mal hier waren, wollten wir wenigstens die Schleuse uns einmal anschauen, die direkt um die Ecke war. Also kurzer Zwischenstopp auf einem Grundstück, wo ich geparkt habe, wo ich eigentlich gar nicht hätte parken dürfen, das habe ich aber erst im Nachhinein gesehen. Und natürlich auch hier wieder einmal die Sicht von oben. Und natürlich auch hier wieder einmal die Schleuse uns einmal anschauen. Und natürlich auch hier wieder einmal die Schleuse uns einmal anschauen. Und natürlich auch hier wieder einmal die Schleuse uns einmal anschauen. Und wir schauen uns jetzt hin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und noch schnell den Blick in die Schleuse, um zu schauen, ob dort etwas los ist, da meine Frau so etwas vorher auch noch nie gesehen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder einmal Dankeschön fürs Schauen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was zeigen. Und es hat euch gefallen. Wie immer gerne einen Daumen von euch. Das mit dem Abo muss ich ja nicht erwähnen. Das kennt ihr ja mittlerweile. Dankeschön. Bis zum nächsten Teil.